So, hallo und herzlich willkommen zurück heute am 22.10.2010 und es geht heute um die Patistans Games Gewinnspiel Verlosung. Es ist gerade, man kann es hier unten vielleicht erkennen, wenn nicht, dann sag ich euch was das bedeuten soll. Das soll 8.22. heißen. So viel Uhr ist es jetzt und dieser Beitrag wurde um 8.13. gepostet. Im Forum steht 8.27. Ne, 7.17. 7.17 steht da, weil die Serveruhr irgendwie komisch läuft. Ich weiß nicht, die geht irgendwie eine Stunde vor, aber ich habe ihn um 8.17 wahrscheinlich dann gepostet und diesen Text hier 8.13 um, ja, 8.13 geschrieben. Na gut, ist ja auch egal, nur dass ihr mir glaubt, dass ich das danach aufnehme. Ähm, andersrum wäre ja auch scheiße. Ich habe hier die Nummern vergeben und hier auf random.org habe ich schon mal hier die Nummern eingegeben. Ähm, ich würde sagen, wir fangen gleich an mit der Verlosung. Als erstes verlosen wir Rocket Racer, das Rennflugspiel und 555 Freakstone Cliparts. Ich würde mal sagen, ich klicke hier einfach mal auf Generate und, 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 das ist die 3. Die 3, die 3, die 3, das kann man wenigstens ein bisschen erkennen. Ähm, die 3 und das ist unser User Metze. Okay, ja, herzlichen Glückwunsch an dich, du hast es gewonnen. Ähm, machen wir gleich weiter, würde ich sagen. Keine große, groß viel Zeit verschwenden. Geht es weiter mit dem zweiten Preis, das ist hier RaceDriverGrid. Und den kriegt folgender Forums-User Generate. Yo, das ist Nummer 1 und Nummer 1 ist im Forum Money. Ja, herzlichen Glückwunsch auch an dich. Ähm, du kriegst das auch zugesendet RaceDriverGrid und der erste Preis. Das ist nämlich Mirror's Edge. Mirror's Edge kriegt nämlich Forums-User. Oh, Spannung, 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 Spannung pur. Generate, äh, 4. Oh, 4. Hier, ähm, sie ist ganz neu oder er, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eine sie und zwar ist das hier. Sunny69, ähm, ja, okay, ähm, herzlichen Glückwunsch auch an dich. Schade für FUNI, ähm, ähm, schade, dass du nicht gewonnen hast. Ich mag dich auch, ähm, aber leider hast du dieses Mal nichts gewonnen. Vielleicht bei einem nächsten Gewinnspiel von Pazistanz wirst du gewinnen. Ähm, ja, okay, ich würde sagen, das war's erstmal. Ähm, ich werde das Video gleich hochladen. Schickt mir eure, was ganz wichtig ist, eure Adressen hier im Forum, auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook bin ich auch. Ähm, schickt mir eure, eure, eure Anschriften. Ihr könnt auch per ICQ senden oder so. Ähm, ja, schickt mir das und, ja, ich würde sagen, das war's erstmal. Mal, ich mach am Montag weiter mit dem Gewinnspiel, beziehungsweise mit dem Verpacken und Absenden. Jetzt am Wochenende beschäftige ich mich damit nicht. Also, ich würde sagen, das war's erstmal. Bis dahin, tschüss.